ARD Text im Auftrag des ZDF Willst du mich nicht? Nee, nee, bleibt drin Also, du wolltest doch Georgia Pole, what the fuck? Oh, die Ironie Ah! Nee, den Ironie-Zern hab ich nicht gesehen Moment mal, ich will da eigentlich weiter nach Westen Warum? Wir wollen absolut hochhäusern Aber da gibt's noch einen Prison Also, ein Gefängnis In der Bedreinut Also, geh noch zu den Achthochhäusern Da ist mir Wumpe Achso, weil wir die drei markiert haben Sag irgendwas, man Das ist doch scheiße so Weiter westlich, Jungs, weiter westlich Nee, wir können Ach, was jetzt? Einfach hier runter Ja, bei den Achthochhäusern Geh mal da runter einfach Ja Ach, da ganz hinten im Westen ist die Ja, da ist noch ein Gefängnis Oder Polizeistation auf ihm das nennen Ja Jetzt ist die Police Academy Oh well Wir sind fast drin, nice Oh, sehr gut, dann 16 Good for you Diesmal ein bisschen Lack Auch mal einen Film machen Ist Lack saufen? Ne, ich schnüffel nur Okay, das ist so vertretbar Zudem auch kein Lack, sondern Verdünnung Ja, eigentlich schnüffelst du ja auch bloß das Verdünnungsmittel Selbst wenn du im Lack schnüffelst Ja Ne, dann schnüffelt man ja noch alles andere was da drin ist Hast du schön rausgeschnüffelt, ne? Ich, 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 ich mag das gerne rein, meister Der gute Stoff Der braucht seinen Stoff, pur Ich hab ne SKS Nice Wenn du die nicht magst Ich hab ne M16, von daher muss ich die nicht unbedingt haben Sag ich mal, so rum Na nice, dann nehm ich die SKS Ja, wenigstens erstmal ne SCAR Oh, ich hatte ne Extended Quickdraw Warum nehm ich das Quickdraw mit? Versteh ich auch nicht, warum ich Quickdraw Magazins mitnehmen Dann hab ich sogar ein Extended Quickdraw auf der SKS für dich Ja Was willst du für die noch haben? Einmal lutschen bitte Bitte, bitte mach davon Beweis Video, bitte Ich stell das Insta auf Youtube Äh, ich leg die hier ab, weil... Conditions, das weißt du, das funktioniert nicht, also Ich hab jetzt noch ne AKM Ich, ich krieg die SKS bitte Also ich hab jetzt ne AKM auch noch zu vergeben, wenn jemand haben will Ne, danke Ich hab so ein schönes Scope gefunden, weißt du Ja, dann nehm sie dir Aber ich, ich will keine mehr, ich hab ne AKM Erste Etage, rechte Seite Da ist die SKS, ganz vorne am Fenster An der Straßenseite Ich hol sie mir Ohhhh, Dreier Rüstung Jetzt brauch ich nur noch ein Backpack, damit ich Muni mitnehmen kann Und dann läuft bei mir Ben, das Haus wo du gerade drin bist, oder? Ja, das Haus wo ich gerade drin bin Erste Etage, rechte Seite, wenn du von der Treppe kommst Ganz vorne an der Straßenseite Viel genauer kann ich es dir nicht beschreiben, tut mir leid Ja, ich hab's mitbekommen Ich hab's auch instant wieder vergessen, das ist echt dämlich von mir Ah, nice, hier ist das Backpack Ich weiß nur, erste Etage, rechte Seite, wenn ich mich nicht irre Ja, mehr brauchst du eigentlich auch nicht Ah, da ist sie Perfekt Hm, ich hab ne AKM übrig Oder ne M16, je nachdem Eins von beiden kann doch jemand haben Also ich könnte auf jeden Fall AK-Armo brauchen Ja, ich suche eher was MP-mäßiges Ich hab noch ne Skar zu vergeben Also dann entnehme ich mir sozusagen die AK Ben Ich hab noch, warum die AK? Ich hab noch ne Skar, wenn du willst Was? Oder willst du nicht? Was? Willst du keine, ähm, Skar? Ne, die Skar kann ich nehmen, aber er hat ja die Muni Die 7, 6er Muni Ja, deshalb nehm ich zurzeit AK und Dingens Jungs, in welchen Häusern war der jetzt schon? War in dem, wo ich grad bin Die östlichen Häuser war ich nur im nördlichsten Da war ich schon drin Warte Geh mal kurz durch die andere Seite Das Haus Hier das Haus, Steven, das ist ne Mitte Dann nehm ich hier das südlichste Das müssen wir übrigens nach Osten dann bald Jaaa Wenn noch irgendwer 4er Scope oder so Nicht, hat und nicht auch Das ist die Voraussetzung Weil ich hab bis jetzt nur nen Redback Oh, Rucksack Aber ich hab auch bisschen 556 Amo zum Traden Ich hab auch noch 60 Für die Skar, die ich hab Ich hab genug 556 behalt Hab nix Hat niemand ne MP gefunden, Alter, zum Tauschen? Ne Uzi hätte ich am Anfang gefunden, aber Ah, ne, 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 das ist silly nicht Das ist ne Stimme, das ist einfach nur ne Pistil Brauchst du ne UMP? Die war in dem Haus, was ich jetzt markiert hab Irgendwo, ich weiß es nicht, wo ich hab's geglaubt Irgendwo ist Scheiße bei Hochhäusern Ich glaub den zweiten Stock oder so Hab dich mal nicht so Er hat dir gesagt, irgendwo da drin Hab dich mal nicht so Das ist auch der der geilsten Sprüche Also depressiven Ja, jetzt reiht sich mal zusammen Genau, reiht sich mal zusammen, ist auch so ein Standardding, Alter So die Welt geht grad unter, Digga, reiht sich mal zusammen Was? Call him your tits, man Extended Quickdraw Für ne Uzi? Uzi ist hier Jaja, ich mein, ne Ja, ne Uzi ist keine MP Das ist nur ne fucking Das ist ne fucking Wobei ich damit echt schonmal einen richtig krass umgespielt hab Uh, noch ne SKS Können wir uns denn irgendwie bewegen? So lange Hier ist noch ne SKS, will wir noch ne SKS haben? Vielleicht mal so, ich hab noch nen Slot frei Aber ansonsten Ja dann komm her Müssen wir hier runter Ganz oben, linke Seite Ich glaub ja Irgendwann gucken, ob irgendwo ein Auto steht Haben wir's nötig? Nö, nevermind Wir könnten sogar noch ne ganze Weile looten wahrscheinlich Naja Wär ich auch früh, ich bin noch ne MP Ich bin nixens so ein, zwei Zivilhäuser will ich noch mitnehmen Ganz oben, diese Seite Ganz oben, äh, linke Seite ja Da war ja jetzt noch keiner Da war ja jetzt noch keiner, ne? Ja, die Ammo lege ich, ich leg dir bisschen Ammo hier unten hin, okay? Ja, dankeschön War jemand jetzt schon dahinten in der Police? Ne, ne? Äh, ne War ich nicht Er liegt noch ne Schrotflinte, wenn jemand eine haben will Jeder nicht angesagt Oh, drinnen werden noch nicht angesagt Nice Compensator für meine Uh, noch ein Zweier backpack hier unten Haben auf ein Dreier geswitcht Ich hol mir den Wir sind uns schon wieder ganz schön weit auseinander, Jungs Ja, ich wollte jetzt einmal hier rein Und hier liegt mir ein 16 Hier liegt uns Ruzzis War hier noch nie drin, das find ich grad cool War hier noch nie drin, das find ich grad cool In dem Haus da? Ja, hier ist noch ne Medi-Tasche, die ich nicht mitnehmen kann Ah, die Tasche, äh, Medi-Kit Ah, ein Dreier-Rucksack, ich kann's wieder mitnehmen Nein, 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 nein Nein Hatte ich die ganze Zeit keine Weste? Sieht so aus Wow Ich brauch nur noch ne Dreier-Weste Ach, hey, da bin ich voll Also, ich wollt grad sagen, meine Clip ist echt gut Ich lauf mal da unten Hier oben ist noch ne M4 Jetzt hab ich noch keinen Grund gefunden, die M4 mit dem 16 zu nehmen Clip, sie habt recht, ich werd echt hart gehilt, ey Oh, da ist einer Südosten, wo ich steh direkt vor mir Wie weit? Äh, der läuft auch in die Zone rein Äh, auf... Lass ihn laufen nicht schießen Ja, ich muss in die Zone Lass ihn laufen nicht schießen Da kommt einer mit Motorrad Nein, nein, der fährt nicht Der holt seinen Kollegen jetzt ab In dem Moment, wo sie aufsteigen, können sie halt schon noch schießen Ach, direkt vor uns? Direkt im Wald ist einer Er hat uns gesehen Er hat uns gesehen Scheiße, ich muss... Ah, ne, ich bin... ich bin mal rein Die schießen Rechts von uns an der Rampe ist auch einer Habt ihr die beiden? Da ist noch einer Ich hab sie grad ein bisschen flankiert unten Aber ich seh keinen mehr Ich muss mich heilen eben Wo ist denn der Dritte? Kann sein, dass ich ihn grad gekillt habe Ich flanke links Kann sein, dass ich da grad noch einen weiteren Gerobbt ist Ich hab Vision Näher ran, näher ran, näher ran Jungs, jetzt bin ich dabei Ich laufe auch unten rum Ich laufe südlich rum Ne, ich glaub, die sind alle tot Nix mehr in der Bäume oder so'n Scheiße Drei Kills hab ich Ich hab drei gesehen nur Sieht erstmal so aus, als wären die alle tot Ja, wir haben's nicht so weit, das wird's gut Ja, Jungs, braucht jemand einen Vierer Ah, ja, ja, hier ist noch ne K Hat sie mir einen Vierer? Hier ist eine Milliveste Ja, hier Danke Nein Die Milliveste nehm ich mir mal Oder brauchst du die noch denn? Ja, Schüsse von rechts Ja, Schüsse von rechts Aus dem Süden irgendwo Nein, ich brauch die Milliveste nicht, sorry Ich hab mich verklickt Äh, Steven, komm her, zu mir Hat jemand Na, ist da Pan-Killer oder, äh, Dings? Ich hab Pan-Killer Hier, hier, hier bei mir Hier bei mir Go, 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 wir müssen, äh, uns bewegen Ach, wir haben's gar nicht so weit Äh, wer noch, wer einen Vierer hat, noch nicht gebraucht wird gerade Warte, ich hab noch einen Platz dafür Ich hab auch noch Kein richtig gutes Scope Achso, dann geht's Ben Hier sind auf jeden Fall noch First Aid geht's ne Menge Wir müssen jetzt aber ein bisschen Langsam los Ganz langsam Achso, rechts von dem Hügel wird geschossen Vielleicht auch noch eine SKs, Leute Die haben echt geiles Equip Wir müssen los Wir haben leider keinen Stop für dich, Ben Keine Rose Kein Bild Ich hab zumindest ein Holo und ein Red Dot So weit ist es okay Ich mag halt nur irgendwie die SKs nicht Der zweite Schuss ist immer so weit weg Dauert ewig wieder zu schießen Gefühlt Was, was für's Scope braucht ihr denn? Ich nehm alles zweier aufwärts Alles über, alles über Red Dot Ben hat nur Red Dot Was hat er denn für ne Waffe? M16 und SKS Der SKS, ja dann geb ich ihm meinen Vierer Warte Ich kann doch dir auf die SKS gehen, wenn du lieber mit dem Vierer schieben willst Kein Streamer Loot, Arschloch Doch Streamer Loot, Streamer Loot Jungs da vorne Streamer Loot Direkt, direkt, äh, Osten 60 300, 400 Meter Ja, aber da hinter uns waren noch welche, ne? Denk dran Herzen Süden In allen Häusern können die Dudes sein Gut, dass hier nicht viele sind Aber wie gesagt, die aus dem Süden werden sich mit Sicherheit blicken lassen bei dem Ding Äh, ich hab die Vision verloren Ist immer noch 75 von mir aus Kommt hinterm, entweder genau oben oder hinterm Hügel raus Ich würde sagen irgendwo dort oder da Ah, ein Stück weiter rechts Ich hätte eher gesagt da beim Flugzeug Ah, könnte auch sein Boah, das wär mies, das wär mies, ey Jungs, Augen offen Ne, ich mach's dir zu Macht alles kaputt, was ihr seht Nicht sofort schießen, wenn möglich Schnell noch verbessern So, ich wollt grad sagen So, ja man, nice Endlich dürfen wir durchziehen, sagste Endlich kann man sich Er hat schon auf Auto-Modus gestellt Die Car auf Auto-Modus Ein guter Car auf Auto-Modus Aim-Bot an Easy Stell dir mal vor, da gäbe es so ein Hack, wo die Car einfach brrrt macht Ansonst kann ich mich noch rein dann War das nicht die Gatling-Moseln Bei Daisy? Da vorne, ich seh'n Drop, ich seh'n Drop Aber das war'n Hack Ich weiß Ja, ich hab' ja gesagt, wenn's so'n Hack gäbe Der Drop ist noch keiner dran So, dann geht ruhig dran Bin ich behindert? Bin ich behindert? Wo ist'n der? Ich seh'n von mir das gar nicht Ach, doch 105 Doch, doch, ich seh'n Entschuldigung Falsch, oder? Schaut mal bitte nach Nord-Osten Im Hügel Ja, ich geh' zum Stein jetzt Ich lauf' grad' zum Flugzeug Um dann nach Nord-Osten zu gucken Guck' grad' nach Nord-Norden Guck' ich so Ich guck' jetzt, wollt' grad' sagen, Nord-Norden auch Ich guck' Süden Wir müssen dann ein Stück laufen Ja, wir haben echt'n Stück vor uns, hieß' mal Ich geh' ran Ja, so, ich will den Loot Ich will den Gilly, der da drin ist Da ist ein Gilly drin Da ist ein Gilly drin Da ist ein Gilly drin Also, 8-fach und Tommikern 8-fach und 15-fach, oder sowas? Ne, nur ein Tommikern und fucking Foregrip Ja, Glückwunsch Die Tommikern sind im Nahkampf sogar ziemlich stark Mhm Und hat dann 100 Schuss Sieht kaum Ja, ich weiß, aber Bäh Jungs, wir sollten Richtung Süden Auf jeden Fall Oh, das war jetzt ne Enttäuschung Wenn ich schon hier vorbeilaufe Guck' mal, hier liegt ne VSS, will die jemand? LOL Like, really? Ja, und hier liegt so jede Menge 9mm Munition drumherum Also, wenn die nicht haben will Nein, danke Ich hab' meine SKS Ich werd' das wahrscheinlich nicht wirklich sogar eintauschen Da hab' ich ein 4er Scope allerdings Ah, übrig Theoretisch Beeil dich aber, Ben Bin schon dabei Das ist aber keine Reinsprache, ne? Mach' mir hier die Ben-Gart-Busch Mach' mir hier die Ben-Gart-Busch Das ist aber keine Reinsprache, ne? Mach' mir hier die Ben-Gart-Busch Aber er hat angehalten Bin mir grad nicht sicher, ob hier irgendjemand in dem Scheiß schon drin ist Gefällt mir gar nicht Noch'n Jeep Noch'n Jeep Fährt Richtung Süden Lass' doch mal ein bisschen südöstlich gehen Aber nicht lieber da so in die Richtung Blau, oder was? Ja, so ein bisschen mehr Richtung auf den Hügel drauf Ist doch südöstlich Jaja, genau Ich hatte die gleiche Idee wie du Also Südosten, so die Richtung Oh, da schießen sie da unten Ah, das ist vielleicht der zweite Jeep, ja Das ist der zweite Jeep wahrscheinlich Ich bin wenig erster Ist ja okay Wollen wir die jetzt engagen, oder wollen wir einfach noch reinkommen? Ah, Streamer-Loot ist rechts neben uns Unten Jungs, wollen wir die jetzt engagen, oder nicht? Weiß ich, ich seh sie ja noch nicht mal, also Ja, wir können aber mal hingehen Lass' uns mal gucken Das ist hier von direkt im gelben Haus, hier ist nämlich der Jeep Jaja, ich hör' dich hör' das Zwei Jeeps, hier stehen zwei Jeeps Na gut, wir haben hier nur einen Maufen Ja, wollte ich schon sagen Wir haben hier null Deckpunkten Ah, die stehen da, die stehen da Tot! Der ist inzwischen gestorben Oh, da schießt was auf den Bumpen Mach ich, Alter, egal welchen Oh, das ist ne K, die dich da schießt Ne, ne, das war ne SKS Da ist noch einer drin Warum hast du ihn angeschossen? Wir haben keine Deckung, hier nichts Das ist echt ätzend Ich will hier nicht kämpfen Ja, wir nehmen das Haus Und dann haben wir Deckung Der Typ ist aber noch im Haus Wir müssen erst mal pushen Wir müssen uns ums Haus verteilen, den Typen da drin kaputt machen Der ist hinterm Sofa, oh hier sind drei Leute drin Boah, hier kommt ein Auto Ne, fährt weg Ich hab einen Ich schieß schon in alle Löcher Ich hab keinen mehr Kriegstürme Einer ist noch hier rechts Hab einen Wir sind noch am Tod Ich teile mich Letzter Tod Sind alle down Haben alle Wir müssen hier einfach stürmen In dem Moment Bitte? Der hat einen 8-fach Scope, Jungs Relevant Ich brauch Medics Mehr nicht Jaja, die tue ich suche nur Medics Aber die haben keine Ich hab noch Energydrinks übrig Immer noch, jede Menge Ja, der hat auch ein paar Energydrinks Ich kann drei, vier Stück abgeben Also drei eher Ich will nicht drin bleiben Müssen wir ja auch nicht Wir können doch gar nicht hier drin bleiben Wir müssen weiter nach Osten Wir müssen weiter nach Osten Wir müssen weiter nach Osten Ja, ja, außerdem Oh, der war hier noch Doch, den hatten wir doch schon geloopt Doch, den hatten wir doch schon geloopt Oh, ich hab jetzt auch für meine Ack Vierer übrig Immer So, wir brauchen jemand Energydrinks Immer noch Ich hab sieben Stück Ja, die tour, die tour, die ich hier Hier, hier, hier Ich nehm Energies mit Da Danke Schluck du Hund Hab wir noch einen Vierer übrig, zufällig? Ja 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 Hier, bei mir So Hier Nimm ich Danke Okay, dann lass weiter Aber ein bisschen südösterlich, oder? Müssten noch gar nicht weiter Wir können noch ein bisschen warten, theoretisch Ja, aber wir haben hier keine Vision raus Und wir können, wir haben grad gesehen, wie wir die hier gereckt haben Wollt ihr das gleiche Spiel mit uns haben? Nein, will ich nicht Nein, will ich nicht Äh, außen dann nach Westen Oder was? Oder Süden erstmal Pass auf, im Norden könnten welche kommen So, wie wir hierher kamen Weil da kam grad Schüsse Aus dem Boden ich von Norden angeschossen, wollte ich grad sagen Lass mal da nicht hin Aber Süden ist halt genauso wenig Safe Also hier können auch welche irgendwo Leute hocken Ja Hier ist sogar jemand Äh, 165 am Haupt Cirkeln, Cirkeln, Cirkeln Ich geh näher Ich hab ne Smoke hin Läuft Läuft Ist tot Ist tot Ist tot Läuft 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 Oder hat mein Grafik jetzt gebackt War jemand ein Achterscope noch? Nein, ich weiß es nicht Ich hab nen Achterscope aber Sonst hab ich grad nix auf meiner AK Ja Also ich denk mal da an den Bäumen sind auf jeden Fall weg Kann man auch nen Vierer abgeben Jungs, wir müssen... Lass mal... Wir müssen jetzt doch nördlich so Müsst du nördlich zirkeln oder wat? Ja Ja, ja Nördlich ist zu viel Spielraum Die dürfen aber halt nicht alle gleichzeitig laufen, deswegen Nein, das sind... Ja, wenn da einer war Ach, da ist ein fucking Drop, Alter Wir haben halt kaum Deckung, jetzt ist ein behindert, Mann Das wird echt... Wer am besten aimen kann, eigentlich Ja, Counter-Strike-Erfahrung Viel Glück Bringt also nix, sagst du Gegner, Stein, 75, 75 Gott, werd' angeschossen, Alter Warum werd' ich angeschossen? 75, welcher Stein ist denn das? Der ganz hinten, wer? Ja, ganz am Rand der Map Huh Ich leg mal zurück Ich denk den grad ab Ich heil Krieg ich nicht Zu weit weg Wofür bräuchte ich n' K oder so? Ich weiß aber nicht, wo er ist Ich seh ihn nicht Ich hab keine Vision Ach... Da kannst du hin, ich hab ihn gesehen Ausgenommen, Treiner Zone kommt, Jungs, ne? Da ist noch einer Da ist noch einer Ja, den hab ich grad angehesselt Nice Zone Da kommt einer den Hügel drauf, ne? Passt auf Ja, ja, der ist unterm Baum Der ist unten schon am Baum Einer tot Direkt unter uns am dicken Baum Hinter uns? Am Stein rechts Am Stein rechts Hab' ihn gekillt Rechts ist weg Geh weit von Norden an den Baum Geh weit von Norden an den Baum Ja, danke Wir haben noch einen Gegner, Jungs Das ist der hinterm Baum Direkt grade auf Osten Der dicke Baum Ich bin auf dem Weg Ich circle den Weg dann Warum? Können wir den nicht kommen lassen? Wo ist der? Wir haben die Zone, wenn sie Du musst ja nicht circlen Den können wir doch kommen lassen Links noch Links hab' was los, Winde? Ich hab' grad geschossen Ja, Winde hat geschossen Ich wusste, dass du'n Schalldämpfer hast Jungs, nicht alle auf den Baum schon Der... Oh mein Gott! Und er ist nämlich im Norden Er ist nicht da unten Ich hab' ihn Sehr schön Good Job 4 Kills 3 Kills 2 Kills 2 Kills 2 Kills Ich hab' ein bisschen aufgeräumt Und übrigens der Airdrop war ungelootet Am Ende Was war da drin? Der M294 und ein 3er Helm Das wär' so geil gewesen, wenn da so ne A drin gewesen wär Der M249 war drin und ein 3er Helm Geist, heut'n ist Biest-Mode Wie gesagt, du spielst ja wieder mit den Noobs, weil Ladder Reset war Das kann doch bleiben von mir aus Das ist halt echt einfach Geht, Alter! Ihr werdet auch nie angehittet als erstes! Egal! Das mangelt! Ich sag' es tausendmal und es war schon wieder so! Wir stehen in der Mitte von allen Und boppt den ersten Hit ab aus dem Norden so Jetzt kommt er zum nächsten Mal